Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Craft Attack 9 Infovideo, meine lieben Freunde. Bevor das Video losgeht, ganz wichtig, wenn euch die Videos gefallen und ihr in Zukunft nichts mehr von Craft Attack 9, was hier auf dem Kanal kommen wird, verpassen wollt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und wenn euch die Videos gefallen, freue ich mich natürlich immer an einen Kommentar und einen Like. Und bevor es richtig losgeht mit dem Video, wo ich euch zeige, was ich alles vorhabe, ganz kurz eine kleine Werbung am Rande. Heute um 18 Uhr erscheint sie endlich, die Level Up Neon Edition mit einer großen 3-für-2-Aktion. Wenn ihr euch die bestellen solltet und noch nicht wisst, was ihr euch dazu holt, falls ihr die 3-für-2-Aktion in Anspruch nehmt, habe ich hier eine kleine Auswahl. Einmal Frankenstein, Himbeer-Vanille-Geschmack, saugeil, kann ich nur empfehlen. Dann ein weiterer Top-Favorit von mir, Green Wizard, Waldmeister-Geschmack. Und wenn euch jetzt einer von den beiden Geschmäckern nicht ansprechen sollte, kann ich euch alternativ noch Watermelon Wave empfehlen. Das ist auch einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Also im Ranking quasi ganz oben Frankenstein, dann Green Wizard und dann kommt Watermelon Wave. Also wie gesagt, das sind meine 3 Top-Favoriten-Geschmäcker. Ihr könnt natürlich auch alle 3 euch bestellen, wenn ihr wollt. Und das hier ist quasi dann die Neon Edition Blueberry-Lemonade-Geschmack. Auch ziemlich geil. Dann gibt es noch eine ganz andere wichtige Info. Ihr habt es vielleicht jetzt hier schon im Hintergrund gesehen, hinter den Dosen. Und zwar habe ich hier eine kleine, feine, süße Bonzi-Tasse stehen. Leute, es ist nach, ich glaube mittlerweile 7 oder 8 Jahren, ich bin mir gerade nicht sicher, 7 oder 8 Jahren ist es endlich soweit. Ich bringe meinen ersten Merch raus. Unter anderem wird da diese schöne Tasse mit bei sein. Richtig, richtig geil. Die ist gut bedruckt. Also das sieht richtig, richtig schick aus hier mit dem fröhlichen Bonzi drauf. Sollte die geil bei euch ankommen, werden wir wahrscheinlich Tassen mit verschiedensten Motiven bringen. Und dann gibt es unter anderem einmal diesen Hoodie hier. Der hat hier vorne so ein Smiley drauf. Und was der auf der Rückseite hat, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Und zwar haben wir dort einmal das, ich sage jetzt mal vorsichtig, Cyberpunk Game Over Motiv. Ja, das sieht nämlich so aus. Das gibt es auch als T-Shirt. Das T-Shirt habe ich gerade hier. Der Merch-Store wird am 6.11., also am 6. November um 18 Uhr an den Start gehen. Dann gibt es noch ein schwarzes T-Shirt und einen schwarzen Hoodie. Und die haben jeweils einmal vorne hier so einen flammenden Totenkopf als Motiv drauf. Und hinten dann nochmal ein Skelett mit einem Baseballschläger, den man aus The Walking Dead vielleicht kennen sollte. Und einem Controller. Ziemlich, ziemlich geil das Ganze. Gibt es auch als Hoodie und T-Shirt Version. Und das sind eigentlich alle Artikel. Ich habe mit einem kleineren Sortiment angefangen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich will auch nicht zu viel machen und dafür lieber eine geile Qualität. Und ja, auch von den Preisen her sollte das Ganze, denke ich mal, im Bereich des Vernünftigen liegen. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns in Minecraft und ich zeige euch jetzt mal, was da Sache ist. Und ich befinde mich jetzt auch hier in dem Bereich, wo die wichtigen Dinge sind. Denn, liebe Freunde, ich habe gemeinsam mit dem Bauteam, ja, die haben mir geholfen, ein wenig vorgebaut. Ich habe aber auch selbst viel mitgebaut, muss man sagen. Unter anderem zum Beispiel da diesen Stall, der da hinten ist. Das Dach hat mir natürlich mal wieder Ghost Rot gemacht, weil mit den Dächern habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wie ihr ja wisst. Aber wir haben echt geil was vorgebaut. Und bevor ich euch jetzt zeige, was, möchte ich ganz kurz einmal nochmal ein paar Infos geben. Das Ziel war ja, dass ich diese Staffel so einen asiatischen Stil bauen will. Ein paar Leute haben reingeschrieben, ja, Petrit hat asiatisch schon mal gebaut in Craft Detect. Ja, Petrit hat schon mal asiatisch gebaut, aber man muss ganz ehrlich sagen, Leute, also, das war immer irgendwie ein Gebäude oder so und das war jetzt auch nicht das größte Gebäude. Ich habe vor, richtig was Krasses im asiatischen Stil zu bauen. Und da werden wir jetzt drauf eingehen. Was mir wichtig war, das habe ich auch mit dem Bauteam so abgesprochen. Ich habe zu den Jungs vom Bauteam gesagt, Leute, wir sollten erstmal nicht mit so riesen Gebäuden starten. Ich weiß, ihr feiert das, wenn ich so gigantische Gebäude baue. Das Ding ist aber, ich motiviere mich mehr, ein riesen Gebäude zu bauen, wenn ich davor schon viel gebaut habe und sehe, dass ich sehr gut vorangekommen bin. Und das große Gebäude zum Beispiel benötige, um mein Bauprojekt komplett abzuschließen. Und deswegen ist mein Ziel, eine Art asiatisches Dorf, Stadt, wie auch immer zu bauen. Und deswegen haben wir jetzt erstmal mit kleineren Sachen angefangen. Und nach und nach werde ich mich steigern, ja. Und deswegen würde ich auch sagen, Freunde, gehen wir zuallererst einmal hier in dieses Haus rein. Denn das wird mein erstes Wohnhaus werden, was ich so als vorübergehende Basis nutze, von der aus ich expandieren werde. Und ihr seht auch schon, das hat schon eine gewisse Größe. Das wird aber so sein, dass ich das auf jeden Fall gestemmt kriege. Wahrscheinlich innerhalb von wenigen Stunden zu bauen. Und das ist klein und kompakt. Hier haben wir eine Ender-Chest, ja. Hier haben wir zum Beispiel einen Smoker, einen Blast-Furnace. Da oben ist mein, ähm, mein Amboss, ja. Dann haben wir hier unten, zack, mein Enchanting-Table, auf den ich auf Stufe 30 verzaubern kann. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Grindstone hingekommen ist. Den haben die, glaube ich, entfernt, die Jungs. Und dann habe ich hier oben mein Bett und hier ist ein bisschen eingerichtet schön, ja. Dass das Ganze auch schick aussieht hier mit einem Yin und Yang-Zeichen. Und finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schön, die ganze Sache. Da habe ich ein kleines, feines Wohnhaus. Und von hier aus geht es dann los. Dann werden hier Wege gemacht, ja. Hier so ein kleines Schreintor. Dann habe ich hier links einen Hühnerstall, den ich gebaut habe. Das habe ich alles in einem Livestream gemacht. Da könnt ihr auch mal sehen, wie das hier aussieht, ja. Hier sind die ganzen, äh, Boxen für die Hühner, wo sie dann ihre Eier legen können und so. Hier ist dann der Weg nach draußen, wo die Hühner rauskommen, wenn sie ein bisschen ins Freigehege wollen. Dann können die hier draußen rumlaufen. Ja, bei uns auf dem, äh, auf dem, äh, Bauserver, da tun die Sachen ganz weirde Dinge hier anstellen. Ich weiß nicht, warum, also, keine Ahnung. Das ist irgendwie, weil die hier Stop-Lag und so ein Kram aktivieren. Das hier wird mein Mineneingang und meine Schmelze, ja. Ich werde natürlich wieder nach Diamanten fleißig suchen oder Diamants besser gesagt. Und da brauche ich natürlich auch einen vernünftigen Abgang und den haben wir hier jetzt gebaut. Genauso sind hier auch zwei Schmelzstationen. Dadurch, dass es ja Erze in Hülle und Fülle geben wird, zumindest Kupfer und Eisen, brauchen wir auch eine ordentliche Schmelzstation. Ich werde auch mit dem Texture Pack, was ich drinne habe, äh, spielen. Das ist das Bear in Bones Texture Pack, glaube ich, so wird es ausgesprochen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, das wird auch für die Minecraft Trailer benutzt. Also, ich finde das richtig, richtig schick. Das hat so einen richtig fröhlichen und, ähm, simplen Stil. Und, naja, das feiere ich halt einfach, Leute. Ich finde es einfach saugeil. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich so ein fröhlicher Typ, ne. Hier haben wir dann quasi so einen kleinen Tempel mit einem Nether-Portal dann dabei. Ne, dass ich auch ein Nether-Portal habe. Und dann kann ich hier zum Beispiel runtergehen und komme hier unten in mein automatisches Kistenlager. Hier ist alles automatisch sortiert. Ja, hier werde ich jede Menge Kisten einbauen können. Und habe hier jede Menge Platz für all meinen Stuff, den ich dann habe. Das kann ich auch jederzeit frei erweitern hier unten. Das ist extra so ausgelegt, dass ich das jederzeit erweitern kann. Und hier hinten kann ich dann wieder hoch und komme dann hier so zack hin. Und hier haben wir dann eine Eisenfarm. Ja, hier werden Iron Golems gespawnt und, ähm, Eisen generiert. Die ist auch in so einem asiatischen Stil gehalten. Sehr, 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 sehr geil. Da muss ich halt nur gucken, wie das hier funktioniert, mit den Villagern reinzubekommen. Und ich weiß auch nicht, ob diese Farm funktioniert. Ich glaube, Sentyx, der die gebaut hat, hat die nicht auf Herz und Nieren geprüft. Das müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie versuchen noch aufzuholen. Ähm, und nachzuholen, damit wir dann sehen können, ob das auch klappt, ja. Dann habe ich hier mein vernünftiges, angelegtes Weizenfeld. Die Mühle habe ich auch übrigens selber gebaut, außer das Mühlenblatt. Das haben sie jetzt geändert. Ähm, und ich glaube, generell haben sie an meiner Mühle ein wenig was verändert. Aber nicht allzu viel. Ich glaube, es wurde nicht so extrem viel verändert vom Bauteam. Dann war die eigentlich doch relativ gut, die Mühle, die ich gebaut habe. Okay, das haben sie hier drinnen gelassen. Das habe ich nämlich mit viel Mühe so gebaut, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist doch richtig geil. So ein Ding, wo du dann dran gehst, dann drehst du das, ne. Ziemlich, ziemlich gut gemacht, finde ich. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Stall für meine Kühe, ja. Ich brauche ja einen großen Stall. Hier kann ich dann meine ganzen Kühe unterbringen. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Ob das hier so Villager-Marktplätze sind. Ich glaube, ja. Hier ist dann auch nochmal ein ganz großer. Ja, hier sind mehrere Villager-Marktplätze. Also, wo ich Villager unterbringen kann. Hier auch nochmal eine Brücke. Hier ist nochmal so ein Karren. Sehr geil. Ich habe auch selbst nochmal einen gebaut. Mit so zwei Fässern drinnen hier. Der ist auch von mir gebaut. Auch die Laternen hier. Das habe ich auch gebaut. Also nicht, dass ihr denkt, der G-Time, der macht hier gar nichts selber. Da ist auch mein Mühlenblatt. Ja, okay. Das sieht schon ein bisschen schicker aus, ne. Also das hier hat schon ein bisschen mehr Style als das hier. Gebe ich zu. Und dann haben wir hier den großen Abschluss. Hier befindet sich dann der große Villager-Marktplace. Ja, sehr geil. Da kann ich die ganzen Villager unterbringen. Für meine ganzen Verzauberungen oder Enchantments. Ähm, wir müssen auch noch einen Bereich bauen, wo ich meine Villager-Farm mache. Ich weiß gar nicht, ob die das schon geplant haben. Ansonsten werde ich das machen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne jederzeit auch zu den Livestreams einschalten. www.twitch.tv slash gtime.tv. Da bin ich ja regelmäßig am Stream. Da streame ich auch öfters die Craft-Attack-Vorbereitung. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich da noch zu tun habe. Weil wir wollten auch nicht zu viel machen. Aber ich denke mal, bis ich das alles in Craft-Attack gebaut habe, werde ich ein wenig was zu tun haben. Aber Leute, das ist realistisch zu schaffen. Das ist gar nicht mal so viel, wenn man das so sieht. Also, das hier wird ein aufwendigeres Gebäude, vor allen Dingen das Dach. Aber, was auch wichtig ist, die Ressourcen sind nicht so extrem aufwendig zu besorgen. Ich habe dem Bauteam nämlich extra gesagt, wir müssen was finden, wo auch nicht so Ressourcen drin sind, die extrem aufwendig sind, dauerhaft zu besorgen, sodass ich auch relativ schnell eine große Masse davon zusammen habe. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, im ersten Augenblick, seht ihr das ja direkt. Hier ist sehr viel Akazienholz und Deep Slate verarbeitet. Und das ist sehr, sehr simpel und schnell zu besorgen. Also, hier sind wirklich wenig Sachen, die sehr aufwendig zu besorgen sind. Hier sowas zum Beispiel, Dark Prismarin. Da kommen wir wieder an den Punkt, das wird aufwendiger zu besorgen. Oder auch die Endrods hier im Dings drinnen. Aber wir werden ja wahrscheinlich irgendwann den Ender Dragon legen und dann kann ich die ja nachträglich besorgen. Ich kann ja zur Not vorübergehend hier solche Blitzableiter dran machen. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet, was ihr jetzt hier gesehen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und schreibt mir auch gerne mal Feedback in die Kommentare, wie ihr den Merch findet. Das würde mich auf jeden Fall mal an der Stelle interessieren. Und nicht vergessen, 18 Uhr heute. Blueberry Lemonade bei Level Up. Mit dem Code GTIME2 könnt ihr dann quasi 3 für 2 euch gönnen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.